Hallo, ich grüße euch. Heute mal ein etwas längeres Gespräch mit den Abzockern vom Tradingbetrug. Die Masche ist besonders übel, da ihr hier selbst eure 250 Euro einzahlt und das Geld dann danach garantiert nie wiedersehen werdet. Ich habe mich bei diesem Anruf mal etwas besonders blöd angestellt, um den Abzockern möglichst viel Zeit zu stehlen. Hat super geklappt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Guten Tag, Henry Spiecher, ich bin am Apparat. Ich wollte mit Gerold Steiner sprechen. Ist am Apparat. Stimmt. Ja, sehr gut. Ich melde mich von der Monitoring-Abteilung. Herr Steiner, wir haben Ihr Daten bekommen, dass Sie besitzen ein aktives Handelskonto auf dem Finanzmarkt, aber nicht vollständig verifiziert. Und deswegen sind Sie an mir weitergeweitet. Okay, und auf welcher Seite habe ich das Handelskonto? Das ist nicht verifiziert, deswegen kann ich auch so nichts sagen. Weil ich rufe Sie nicht von Handelsplattformen oder Unternehmern, sondern Monitoring-Abteilung im Auftrag von bösen Aufsichtsbehörden. Ja, genau. Er ruft mich an, um mein Handelskonto zu aktivieren. Kann mir jedoch nicht sagen, von welcher Webseite diese Anmeldung stammt. Geht ihr bereits sehr seriös los. Mhm. Ja, und Ihre Daten sind auf dem Finanzmarkt, aber nicht verifiziert. Das ist also nicht sichtbar, also alles mit Ihren Daten. Deswegen sollen Sie Ihre Verifizierung bis Ende bringen und für Sie Wallet-Adresse aktivieren. Mhm. Okay. Also haben Sie schon Einstiegskapital, 250 Euro investiert, ja? Oder haben Sie auch mehrere Investitionen gemacht? Ich habe noch gar nicht investiert. Hm, noch gar nicht. Sehr gut. Weil, also erst soll man Wallet-Adresse aktivieren und dann darf man etwas investieren. Okay? Ja. Diese Wallet-Adresse ist 34-Stellig-Strich-Code, elektronisches Geldbeutel, womit man kann sein Geld aus dem Finanzmarkt kontrollieren. Okay? Ja. Und das brauchen Sie zu aktivieren. Das ist für Sie schon generiert und selber im Internet sollen Sie es aktivieren. Dafür brauchen Sie Internetverbindung mit einem Gerät. Mhm. Also ist Ihre Laptop, PC, Tablet, ist egal. Was für ein Gerät haben Sie? Hm, ich habe ein PC-Gerät. Ein PC? Mhm. Ja gut. Können Sie es einschalten? Ja, mache ich eben mal an. Okay. Dann, äh, sagen Sie mir Bescheid bitte, wenn es hochgefahren ist schon. Mhm. Äh, und, äh, in Ihrem PC, damit könnten wir zusammenarbeiten, ja, brauchen Sie ein Fernsteuerungssoftware, falls Sie es schon haben. Sehr gut. Also, wenn nicht, können Sie es kostenlos herunterladen. Heißt das, AmyDesk. Vielleicht kennen Sie es schon. Nö, sagt man gar nichts. Sag mal gar nichts. Äh, äh, das ist ein Fernsteuerungssoftware, womit werden wir Verbindungen aufbauen, womit würde ich Sie dabei helfen, äh, Wulet-Adresse zu aktivieren, womit werden Sie auch von meiner Seite vollständige Auskunft bekommen, wie es auch funktioniert. Also spätestens hier sollte doch absolut jedem klar sein, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Welche seriöse Finanzunternehmen möchte Zugriff auf meinen Rechner bekommen, um sicherzugehen, dass ich mich richtig anmelde? Also, ich kann, äh, hier nur ausdrücklich jeden davor warnen, ähm, legt bei solchen Anrufen einfach auf. Oder verschwendet deren Seite oder wie auch immer, aber macht, äh, also gebt denen kein Geld. Das Programm AnyDesk ist übrigens, ähm, vergleichbar mit dem Programm, äh, TeamView. Ähm, das ist einfach so eine Remote-Desktop-Software, womit man euren PC aus der Ferne steuern oder eben auch euren Desktop anschauen kann, was ihr dort tut. Und, ähm, ganz im Ernst, welches Finanzunternehmen greift aus euren Rechner zu? Also hat das eure Hausbank schon mal irgendwann gemacht, um euch Online-Banking einzurichten? Also, ähm, ich weiß nicht. Mhm, okay. Und unsere Verbindung, was wir mit den Kunden aufbauen, äh, ist per Audio und Video gespeichert. Ja. So, der Computer ist an. Sehr gut. Dann welcher, äh, Browser benutzen Sie? Haben Sie Google Chrome? Hm, ne, ich hab den Firefox. Firefox? Mhm. Okay, öffnen Sie Firefox dann bitte. Ja. Dann, äh, haben Sie da zwei Suchfelden, ja? Eine in Mitte und zweite ganz, ganz oben. Äh, lange Suchfeld, wo Sie Seiten schreiben sollen. Bitte schreiben Sie da. www.alte-dreimal-wolfgang. Hm, Moment. Ja, dreimal-wolfgang. Avi Anton. Äh, wie Anton, ja? Nur erste Buchstaben sollen Sie schreiben. Achso, nur den ersten Buchstaben. Also. Genau. Dann müssen wir jetzt nochmal anfangen. Also www. Ja, nur, nur www, also wie Wolfgang, meine ich. Also dreimal W. www. Ja. A. Ja. N. Ja. Wie Nordpol. Mhm. Y. Ja. D. Wie Doha. Ja. E. Wie Emil. Mhm, ja. S. Wie Sigrid. Mhm. K. Wie Kaufmann. Ja, und dann? Ja. Punkt. Komm. Ne, funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Welche Buchstaben haben Sie geschrieben? Ich habe geschrieben. Wie lesen Sie es bitte? Äh, www.anydesk.c Punkt. Komm. Na ja, Sie haben noch gesagt. Immer den ersten Buchstaben vom Wort. Ja, also Cäsar, Oto, Marta. Ach so. Ja, und jetzt? Jetzt weiter. Hm. Vorsitzend. Ja, habe ich. Sollten Sie eine rote farbige Webseite sehen? Ja, so Rosé würde ich es eher bezeichnen, so aprikofarbend. Wie bitte? Ich würde sagen, aprikofarbend. Rot ist das nicht unbedingt. Hm, also im Mieter muss sein, Remote Desktop und Software. Ja, also da muss es geschrieben, mit Weißbuchstaben. Ja, das steht da, genau. Ja. Dann unten im grünen Feld steht herunterladen jetzt, ja? Hm, jetzt herunterladen, ja. Ja. Drücken Sie da auf, bitte. Mhm, ja. Und speichern Sie es, also Datei speichern dann. Irgendwo sollen Sie es speichern und dann öffnen. Okay. Schaffen Sie es? Ja, ich glaube, es öffnet sich gerade was. Mhm. Okay. Hm, jetzt steht hier irgendwas von Error. Error? Mhm. Wo steht Error, bitte? Es ist nur so ein kleines Fenster und wenn ich das Programm öffnen will, steht da Error. Also im Download sollen Sie haben, AnyDesk.exe und das sollen Sie öffnen. Ja, ich guck da nochmal. Download. AnyDesk steht hier, ja. Und dann drück ich da nochmal drauf. AnyDesk.exe. Punkt Exe steht da nicht dahinter. Hm. Okay. So muss es sein, normalerweise. Aber drücken Sie da drauf. Ja. Zweimal. Aber öffnet sich nicht. Hm, ne, da steht jedes Mal Error. Error. Ja, deswegen schauen Sie. Äh, drücken Sie erneut herunterladen jetzt. Und dann sollen Sie, also AnyDesk.exe muss heruntergeladet werden. Ja, ich muss eben mal die ganzen Fehlermeldungen wegmachen. Mhm. Also jetzt sehe ich hier mein Browserfenster nicht mehr. Hm. So, jetzt herunterladen, ja. Genau. So. Und dann noch Datei speichern. Ja, Datei speichern. Mhm. Ja, jetzt habe ich die gleiche Datei nochmal. Mit einer 1 dahinter. Okay, aber AnyDesk.exe ladet sich nicht. Hier steht Name, AnyDesk. Und dann steht da Änderungsdatum von heute. Und Typ steht Anwendung und Größe 3.678 KB. Hm. Brauchen wir denn das Programm? Und das können, ja, dieses Programm brauchen Sie. Aber kann man es nicht aufnehmen? Irgendwie geht es nicht aufnehmen. Okay. Dann gibt es zweite Möglichkeit auch. Äh, öffnen Sie ehrneut der Firefox. Hm, dann muss ich erst wieder die ganzen Fehlermeldungen hier wegmachen. Mhm. Mhm. Jetzt ist der Firefox abgestürzt. Moment. Also, äh, so jetzt bin ich drin, ja? Okay. Jetzt sollen wir andere, also, eine Frage noch, welche Betriebssystem haben Sie? Äh, äh, ist das Windows, ja? Windows XP, ja. Windows, okay. Äh, dann jetzt ehrneut oben im Suchfeld schreiben Sie www. Ja. Ja. Noch einen Blick. Äh, T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. A wie Anton. Ja. Ja. M wie Maria. Ja. V wie Vogel. Ja. I wie Ida. Mhm. V wie Wolfgang. Ja. Ja. E wie Emil. Hm. Er wie Rudolf. Ja. Punkt. Kom. Cesar Otto Maria. Hm. 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 Jetzt bin ich auf so einer Seite, da steht, China startet offiziell Kryptowährung. Ne, also Teamviva.com sollen sich haben. Spannbar, glaube ich. Moment. Probier das nochmal. Ah, ja, Digitalisierung made in Germany. Genau. Äh, steht da Download, ja? Hm, ja, da steht Download. Soll ich da draufklicken? Ja. Bitte? Und jetzt? Was soll ich jetzt anklicken? Äh, jetzt für Windows. Ja, genau, da ist Windows. Hm. Windows und dann sollen sie erneut Download drücken. Äh, 64-Bit-Version. Ja. Ja, das sollen sie herunterladen. Ja, lädt runter. Ja, lädt runter. Und? Und? Das Programm öffnet noch, aber das lädt jetzt hier so lange. Okay. Äh, dann soll man es, als sollen sie es installieren für Personalnutzung. Ja, jetzt steht hier inkompatibler Betriebssystem-Version. Beenden. Und welche Möglichkeiten haben Sie? Beenden. Beenden. So, jetzt ist das wieder zu. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Äh, dann sollten Sie es öffnen. Das haben Sie in Download, ja? Ja, ja, das habe ich ja gerade versucht. Das ging nicht. Ah, das steht auch nicht. Da steht inkompatible Betriebssystem-Version. Ah, okay. Augenblick weizen Sie bitte ganz kurz. Mhm. Einen Moment. Hier scheint jetzt der Moment gekommen zu sein, wo der Agent entweder keine Lust mehr auf mich hat oder einfach nur überfordert ist. Und, ähm, achtet mal darauf, was er gleich als nächstes sagen wird. Ähm, er soll, ähm, mich an die Abteilung weiterleiten. Das bedeutet, es wird mir wohl jemand dabei zugehört haben. Und auch das ist nicht erlaubt. Man darf nicht einfach in Gespräche reinhören, während man bei einem Callcenter anruft. Also, es dürfen keine Dritte einfach mithören, solange ich nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden bin. Aber, äh, schaut einfach mal weiter. Ähm, im Übrigen, ähm, ich habe die Wartezeiten ein bisschen aus dem Video rausgekürzt. Insgesamt ist das Video in der Originalfassung 47 Minuten lang gewesen. Und da ist, ähm, ein bisschen Wartezeit entstanden, wo der Mitarbeiter einfach nicht wusste, was er mit mir machen sollte. Und, ähm, die Zeit habe ich einfach rausgekürzt. Ist da noch jemand? Ah ja, also, äh, jetzt soll ich, äh, Daten am technischen Abteilung weiterleiten, weil wir können jetzt nicht, äh, also Verbindung nicht machen. Deswegen, diese Leute werden Sie dabei helfen, ja? Warten Sie auf dem Leiter, auf dem Leiter ganz, ganz kurz. Ja. Und, äh, jetzt werden Sie verbunden, auf der anderen Seite, warten Sie bitte. Mhm. Bedanke ich mich und, äh, wiederholen, warten Sie bitte auf dem Leiter. Okay. Hallo, Herr Steiner. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Zepter ist am Apparat von technischen Abteilung. Herr Steiner, äh, Sie haben technische Probleme, NIDES oder Timmy herunterzuwarten, ja? Richtig, da kriege ich immer entweder Error oder dass mein Betriebssystem nicht passt. Äh, Sie arbeiten mit, äh, Planschette, mit Laptop, mit, äh, PC, mit, äh, welches Gerät besitzen Sie? Mit PC. Mit PC, das ist Android oder iOS? Wenn ich mit dem PC arbeite. Diese PC meine ich. Äh, das... Nein, das ist von iPhone oder von, äh, von, äh, was weiß ich, von Samsung? Ähm, ich weiß nicht, da steht nichts vorne dran, von was das ist. Aha. Und Sie haben es probiert, von Google Chrome herunterzuwarten, oder? Ne, mit dem Firefox. Wie bitte, Firefox. Können Sie bitte Google Chrome öffnen? Dann muss ich jetzt Google Chrome runterladen? Ja, laden Sie bitte das. Das ist kostenlos für Sie. Wo wir gerade bei kostenlos sind. Ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen und lasst gerne ein Like da. So, habe ich jetzt bei der Suche eingegeben. Okay, schreiben Sie bitte Google Chrome. Das hat runde Form, Sie wissen schon, ja, dreifartiges, runde Spal, so etwas. Ja, ich glaube, da... Und Sie bekommen Möglichkeit, das herunterzuladen? Warum brauche ich denn so viele Programme? Nein, wir brauchen nicht viele Programme. Wir brauchen nur Google Chrome, damit Sie diese Ende des herunterladen können. Ach so. Wenn Sie mit anderen Browsern herunterladen, dann ist das schwierig, dieses Programm herunterzuladen. Also, einfach geht mit Google Chrome. Ach so. Weil Google ist der größte Browser der Welt, deswegen mit Google geht es einfacher als mit Mozilla oder mit Safari. Das klingt natürlich logisch, ja. Ja, ja. Normalerweise, viele haben, also meisten haben diese Google Chrome in seinem PC, also ich auch zu Hause habe. Ich arbeite immer mit Google Chrome. Weil das Google Chrome ist sicherer als Mozilla Firefox. Und haben Sie jetzt Google Chrome? Ja, das lädt noch runter. Okay. Sie besitzen jetzt, also... ...Internet oder VLAN? Ich besitze, äh, beides. Beides. Und welche ist schneller, bei einem VLAN oder Internet? Ist das nicht das Gleiche? Ist das Gleiche? Nein. Normalerweise ist ein Kabel schneller als ein VLAN. Ach so. Also, Kabel ist dann kein Internet, sondern nur VLAN oder andersrum? Nein, äh, VLAN bekommen Sie durch ein Gerät. Und VLAN kann passen, also für Handy, für Laptop, für Planchette. Aber mit Kabel bekommt Internet, also sofort ein PC. Oder, äh, sofort ein VLAN auch, ja. Wenn Sie direkt verbunden, dann bekommt direkt Internet, also das Gerät. Und deswegen ist, äh, schneller als mit, äh, also mit VLAN. So, ich habe jetzt das Programm runtergeladen. Was will ich jetzt machen? Okay, jetzt öffnen Sie bitte. Da haben Sie zwei Möglichkeiten, so etwas in Google zu suchen. Eine haben Sie in Mitte, äh, äh, Suchfeld, die kurze Suchfeld. Nur eine zweite haben Sie oben, die längere Suchfeld. Mhm, ja. Dann geben Sie bitte oben in längere Suchfeld, nicht in Mitte, sondern in oben. Drücken Sie ein Pluszeichen, öffnen Sie ein neues Tab und geben Sie bitte da ein. www.greyman.wilhelm. Ja. A wie Anton. Ja. N wie North Pole. Ja. Dann Y. Dann D wie Dora. Moment, jetzt habe ich mich verschrieben. Also ich bin jetzt bei N. A, N. Hm. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emu. Ja. Es wie Viquid. Dann am Ende K wie Kaufmann. Punkt. Komm. Hm. Und drücken Sie bitte Enter. Ja, die Seite lädt. Ja. Ja. Normalerweise das geht sehr schnell und Sie bekommen rotfarbiges oder rülafarbiges feste in Ihrem Bildschirm. und da steht remote desktop software genau ja das steht da in der Mitte jetzt habe ich das hier ok jetzt sehen Sie im grünen Bereich die Quadrat da steht download now oder kostenlos herunterladen ja habe ich angeklickt drücken Sie bitte drauf ja und wenn es da heruntergeladet ist dann dann öffnen Sie bitte Sie wissen schon mit ein oder mit zwei Klick jetzt muss ich erstmal meinen Download Ordner suchen ja geben Sie da ein eDesk und wenn es heruntergeladet ist dann bekommen Sie schon sofort oder normalerweise bekommen Sie auch ja haben Sie das öffnen Sie bitte das da haben Sie auch Arbeitsplatz also da steht jetzt anydesk und das neueste Programm was jetzt heruntergeladen ist hat dahinter noch eine 2 in Klammern sehen Sie irgendwo da neunstellige Zahlen oder Nummer neunstellig rechts oben normalerweise links entschuldigen Sie ne da steht erstmal nur ach so das also ich muss das Programm installieren ja ah ja genau installieren Sie das bitte das hatten wir ja schon mit dem Kollegen probiert ich starte das mal ok jetzt steht hier wieder Error der gleiche Fehler wie beim Kollegen also wie mit Mosiba genau ok dann Herr Steiner wir haben nur eine Möglichkeit das machen wir also auswendig das machen wir von unserer Seite aber bleiben Sie bitte Herr Steiner äh telefonisch verbunden weil wir werden paar Informationen äh von Ihnen brauchen ja also ich werde jetzt für Sie alles vorbereiten an Arbeitsplatz vorbereiten ich für Sie und äh ich bin in äh paar Minuten wieder zurück ok bleiben Sie bitte Herr Leiter sind Sie noch dran ja ich bin dran ich brauche paar Sekunden ein Moment bitte Herr Steiner bis wir warten äh sagen Sie mir bitte ich habe Informationen bekommen dass ich habe noch keine Erfahrung ja an Finanzmarkt haben Sie noch nicht gehandelt oder ne bis jetzt noch nicht und ja und mit was haben Sie Interesse zu handeln also warum haben Sie angefangen na ich habe ja noch gar nicht angefangen oh was haben Sie Interesse also Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen was ist denn da am besten also äh heutzutage natürlich die die beste ist Kryptowährungen weil wegen Corona Krise ähm also äh wird von Amazon, Ebay und so alles wird per Inland, per Online verkauft deswegen natürlich Kryptowährungen profitieren am besten und deswegen ist auch Kryptowährungen sehr hoch gestiegen äh also Herr Steiner ich habe für äh für Sie jetzt alles vorbereitet wie Sie schon wissen ähm am Ende uns ist äh verifizieren wir sollen im Handelskonto mit ihrem Auszahlungsmethod verknüpfen das bedeutet wenn Sie anfangen zu handeln ja Sie bekommen wie Sie schon wissen Finanzberater zu verknüpfen das ist Senior-Analytiker Sie werden mit diesen Personen zusammenarbeiten bis Sie Erfahrung gesammelt haben und äh diese Person wird dann Ihnen helfen auch den Finanzmarkt Gewinne und Profite zu erzielen und Sie werden wie gesagt diese Gewinne und Profite auch für Online Handelskonto haben und wenn Sie zum Beispiel haben Sie 10.000 oder 20.000 schon gewonnen und Sie meinen Sie brauchen jetzt Teil von dieses Geld wieder zurück ausbezahlt weil Sie möchten etwas kaufen was weiß ich Auto oder Motorrad oder irgendwas dann sollen Sie dieses Geld auch irgendwie nur zurückbekommen ja weil das ist Ihr Geld deswegen sollen Sie auch Auszahlungsmethod äh besitzen das bedeutet und im Handelskonto werden Sie dieses Geld ausbezahlt auf Ihrem Auszahlungsmethod bekommen und wenn Sie akzeptieren entweder Visa oder Mastercard weil Visa und Mastercard besitzen drei Besitzte zeigen Sie mir bitte Herr Steiner welche Auszahlungsmethod möchten Sie in Zukunft besitzen Also da müsste ich einen Kollegen fragen weil ich habe selber gar keine äh keine Karte Haben Sie gar keine Karte? Nee Also kein Visa, keine Mastercard Nee so eine Kreditkarte habe ich nicht da müsste ich erst ähm einen Bekannten fragen der hat so eine Dongshuan Karte Nein Bekannte geht so etwas nicht wegen Sichtheitsgründe Börse akzeptiert nicht Kreditkarte von anderer Person und die Verifikation auf ihren Namen so etwas geht nicht Achso das ist schade Das soll auch im Namen sein oder äh Familienmitglied so so also das geht nicht Hm Sie sollen äh Visa, Master oder äh Onlinebanking haben? Hm na ich könnte es überweisen Sie können überweisen aber Sie machen mit Onlinebanking oder mit Hausbank? Ne mit Hausbank Mit Hausbank Okay dann äh äh dann äh vorbereite ich für Sie die Bankdaten ich werde diese Bankdaten per E-Mail Ihnen senden und ich werde jetzt ein paar Informationen für Sie brauchen. Einen Moment bitte Ja Okay jetzt bekommen Sie von äh Bankabteilung also Standard E-Mail. Bitte öffnen Sie das und schreiben Sie zurück Ihre Daten. Also wir brauchen jetzt äh Ihr Name und Nachname wie es im Ausweis steht und Ihr Anschluss. Also Straße, Straßennummer, Stadt, Postleitzahl und Bundesland. Okay? Hm ich mach eben das E-Mail auf Ich mach eben das E-Mail auf Sie bekommen jetzt äh wie bitte? Ich mach die E-Mail auf. Ist die schon da? Sie bekommen von Martin Bauer jetzt ein E-Mail. Öffnen Sie bitte. Hm, da muss ich mal gucken. Okay. Okay. Können Sie das E-Mail? Okay. Können Sie das E-Mail? Ist noch nichts da. Aktualisieren Sie bitte Posteringang. Ja. Aber es ist manchmal ein bisschen langsam. Und dann schauen Sie dann. Es dauert manchmal ein bisschen. Dann schauen Sie in Spam auch. Überprüfen Sie Spam auch. Weil von Bankabteilung geht es hundert E-Mails raus pro Tag und deswegen ist das auch möglich, dass diese E-Mail in Spam gelandet ist. Dann gucke ich mal in den Spam Ordner. Okay. Von Martin Bauer. Ne, da ist auch noch nichts drin. Also E-Mail Adresse Gerold. Ah ja, jetzt habe ich ja. Genau. Ja, öffnen Sie bitte das und schreiben Sie mir bitte jetzt Ihre Daten. Also Name, Nachname, wie es im Auswahl steht. Und dann kommt die Anschrift, Stadt, Bundesland, Postleitzer, Straße und Straße. Gucken wir da mal. Okay. Und das funktioniert dann alles nur am Telefon oder gibt es da auch irgendwo eine Seite, wo ich gucken kann? Wie bitte? Gibt es da auch eine Seite von Ihrer Firma? Ja, natürlich gibt es. Da steht alles. In E-Mail steht auch Name und also die Form der Plattform. Das können Sie auch jederzeit öffnen und schauen. Deswegen bekommen Kunden direkt von Bankabteilung, weil in Bankabteilung steht alle Informationen drauf. Also Sie können jederzeit überprüfen oder anschauen. Also in der E-Mail, die Sie geschickt haben, da ist kein Link drin zu einer Webseite? Ja. Zumal wäre es nicht, aber da oben schauen Sie bitte, öffnen Sie das. Da steht auch E-Mail-Adresse und mit E-Mail-Adresse können Sie auch einfach schauen, um welche Handelsplattform das geht. Schauen Sie bitte. Wenn ich da auf den Namen klicke, kommt nur auf ins Adressbuch übernehmen. Nein, Sie bekommen, wenn Sie E-Mail öffnen, da ist eine E-Mail-Adresse von Markus Bayer. Und was sehen Sie da jetzt? Schauen Sie bitte. Da steht, sehr geehrter Herr Steiner, ich bitte um, äh, bitte Sie... Nein, 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 ich meine oben, 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 oben auf den Namen und E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse von Herr Bauer. Da steht, InvestingExpect.co. Ach so, das zeigt mein Postfach gar nicht so an. Das muss ich, das, äh, warten Sie mal, muss ich mal gucken. Ah ja, hier. Wie Sie da sehen, bitte schicken Sie uns, äh, Ihre Daten, ich mache bis dahin Bankdaten für Sie. Weil das braucht eine Zeit auch. Hm. Dann muss ich mal, schnell auf Antworten drücken. So, und jetzt soll ich nur meinen Namen und was noch? Oh, Name und Anschrift. Also, Bundesland, Postleitzahl, Straße, Straßennummer und Stadt. Moment, das ist ein bisschen schnell. Erstmal meinen Namen. Ja, Name und Nachname. Ja. Und dann? Äh, Stadt. Bundesland. Mhm. Ostleitzahl. Straße. Und, Strassennummer. Moment, Strassennummer. So, noch was? Ja. Ja. Nein, das reicht. Klicken Sie bitte an Senden. Ja, das habe ich geschickt. Ja, das habe ich geschickt, ja. Stadt, Bundesland, Postleiter und Straßennamen eingegeben, aber in Wichtigkeit brauchen wir Stadt, den Namen Stadt, wo sie wohnen. Ach so, das haben Sie nicht gesagt. Und Bundesland, ja, das habe ich auch so gemeint. Okay, dann ich schreibe das. Einen Moment bitte. Also hier habe ich wirklich nur Straßenname und, also das Wort Straßenname und die Straße und das Wort Postleitzahl und so weiter ausgeschrieben. Aber anstatt an meiner geistigen Fähigkeit zu zweifeln, möchte er jetzt die Daten für mich eingeben. Also noch klarer geht der Betrug schon kaum noch. Wenn ich geistig nicht in der Lage dazu bin, seine E-Mail zu beantworten und meine wirkliche Straße dorthin zu schreiben und meine Anschrift, dann kann ja an mir etwas nicht stimmen. Und weiß ich nicht. Also ob man mit so einer Person an der Börse handeln sollte, ich glaube nicht. Okay, sagen Sie bitte, Herr Stein, in der Stadt, wo Sie wohnen. In Berlin. Berlin. Und Bundesland ist auch Berlin, ja? Mhm, genau. Okay. Die Straße bitte? Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße. Und Postleitzahl bitte? Das ist die 12055. Und 47 haben Sie gesagt? Hausnummer? Nee, Hausnummer 77. Also 77. 77, okay. Genau, 77. Okay. Also innerhalb jetzt ein paar Minuten wird Ihre Bankdaten fertig sein. Und schaffen Sie das, Herr Stein, jetzt dieses 250 Euro zu überweisen? Also, diese 250 Euro bekommen Sie als Einschließkapital auch für Handelskonto gut geschrieben, heute, jetzt schon. Und Sie bekommen noch 100 Euro Bonusgeld von Handelsplattform. Das bedeutet, für Anfang werden Sie jetzt 350 Euro haben. 250 Euro, was Sie jetzt selbst mit Ihrem Hausmann überweisen. Und noch 100 Euro bekommen Sie drauf als Bonusgeld von Würde. Und ab morgen, morgen werden wir ein Termin, oder heute werden wir ein Termin für morgen ausmachen. Morgen in dieser Zeit, welche Zeit wir zusammen ausmachen, bekommen Sie eine Ahnung von Ihrem Zimmer, von Ihrem Finanzexpert. Und ab morgen schon beginnen Sie, also Anfang des Monats beginnen Sie schon zu handeln. Und Sie werden, wie gesagt, dieses Geld auf Ihrem Onlinehandelskonto sammeln. Und wenn Sie dann Auszahlungen machen möchten, werden Sie dieses Geld entweder auf Ihre Hausbank zurückbekommen, oder Sie können das jederzeit, diese Auszahlungsmethod ändern. Und Sie können als Kreditkack verknüpfen, oder Sie können auch Onlinebanking mit Ihrem Onlinehandelskonto verknüpfen. Also, alles das können Sie natürlich ab morgen auch mit Ihrem Finanzberater klären. Und Sie können diese Auszahlungsmethod auch ab morgen ändern. Mhm. Und wenn ich da mehr einzahle, kriege ich dann auch mehr Bonus? Ähm, also Einstiegskapital, da hier ist 250 Euro, und, also das kann ich für Sie klären. Wie viel möchten Sie einzahlen? Na, ich habe gerade, ich habe gerade geerbt, also wäre noch ein bisschen was über von, also ich dachte so an 50.000. Ähm, voll Einstieg? Ja. Einen Moment bitte. Soll sich auch lohnen. Können Sie ohne Problem. Mhm. Ja. Also, erst machen Sie diese 250 Euro, und dann können Sie auch ab morgen 3.000 Euro einzahlen. Achso, also soll ich erst mal nur, nur 250 Euro überweisen, mehr nicht? Ja. Achso, okay. Aber, ähm, wenn ich jetzt dann danach noch mal... Alles andere können Sie auch ab morgen täglichen, also. Und wenn ich... Sie können auch 10 Millionen einzahlen, wenn Sie das möchten. Na, so viel habe ich dann doch nicht. Ich habe nur ein bisschen was geerbt, und ich dachte mir, das kann man ja, bevor das Geld auf dem Konto rumliegt, kann ich es ja auch investieren. Das können Sie jederzeit investieren. Okay. Also, wenn Sie 50.000 einzahlen, dann bekommen Sie ja selbstverständlich mehr Bonus drauf. Okay. Das ist logisch. Wie viel Bonus bekomme ich denn dort? Das genau kann ich Ihnen nicht sagen, aber das ist, äh, ich glaube, bis, äh, also bis 10.000 Euro. Ah, okay. Das ist natürlich dann auch ganz nett. Natürlich, ja. Also, genauer kann ich Ihnen nicht sagen, natürlich. Hm. Äh, Herr Stein, wann schaffen Sie diese 250 Euro, äh, zu überweisen? Na, ich würde jetzt gleich zur Bank gehen, und dann, ähm, dann würde ich das gleich überweisen. Okay. Dann können Sie dann, Herr Steiner, äh, die Beleg, was Sie da bekommen, als Überweisungsmittel, dann per E-Mail an Herr, ähm, Power zurücksenden? Also, das, was ich denn von der Bank bekomme, den Zettel? Genau, genau, Zettel, ja, das Beleg. Okay. Können Sie das an Herr Hause fotografieren und an Herr Bauer zurücksenden? Also, ähm, dann mache ich mit dem Handy ein Foto und schicke das an die E-Mail-Adresse. Ja, ja, können Sie das machen, und wenn Sie, wenn, äh, Herr Bauer das bekommt, dann bekomme ich auch mit, und, äh, ich werde dann sofort bei Ihnen melden, und Sie bekommen dann ein Logedaten, und wir werden Termin für morgen mit Ihrem Finanzberater ausmachen. Okay? Okay, und, ähm, ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, die ist mir gerade nicht, achso, wir wollten doch nochmal auf Ihrer Webseite nachgucken. Webseite, Sie können jederzeit Webseite nachgucken. Das steht in der E-Mail-Adresse. Kann man sich da auch gleich einloggen? Nein, nein, ohne, ohne, ohne Verifizierung, ohne Registrierung, Sie können da nicht einloggen. Achso, also das Geld muss erst da sein? Logisch. Das Geld muss erst da sein, und dann... Natürlich, Sie, Sie sollen sich verifizieren, Sie sollen sich anmelden, dann bekommen Sie dann einloggen-Daten. Ohne anzumelden, wir kriegen Sie einloggen-Daten. Sie sollen verifizieren lassen, und dann bekommen Sie diese einloggen-Daten von uns. Achso, also erst, wenn ich mein Geld eingezahlt habe, dann, äh, dann bekomme ich... Sehr verständlich. Sehr verständlich. Ja gut, aber ich würde ja gerne die Seite vorher mal sehen. Die Seite können Sie jederzeit sehen, also das ist kein Problem. Aber einloggen, können Sie das bis dahin nicht. Also, wenn Sie verifizieren lassen, und, äh, dann bekommen Sie einloggen-Daten. Das ist doch logisch. Ich sehe jetzt hier gerade, äh, Open Your Account, da kann ich ja dann eigentlich auch selber einen Account machen. Ohnein, das können Sie nicht. Stimmt ja aber, ich habe jetzt auf Deutsch umgestellt, jetzt steht hier sogar, öffnen Sie Ihr Konto. Ja, aber probieren Sie es? Ja, dann gebe ich da meine E-Mail-Adresse ein. So. Achso, ne, ich war hier falsch, ich muss es auf registrieren. Doch, das geht. Hallo? Ja, also, Sie bekommen jetzt, äh, gleich die Bankdaten. Sie können entweder 250 Euro einzahlen, oder direkt 50.000. Das habe ich für Sie geklärt, und Sie können ganze Summe, was Sie auch möchten, sofort einzahlen. Oder Sie können, äh, 250 Euro einzahlen, und dann, ab morgen können Sie diese 50.000 auch drauflegen. Ja, aber ich glaube, ich werde bei Betrügern nichts einzahlen. Ja, aber ich, äh, trat Ihnen, bis am Anfang mit Quine zu steigen, also nicht 50.000, sondern mit, äh, 250 Euro. Ja, aber, äh, das, äh, ich glaube, von dem Geld gehe ich lieber einen Puff. Da habe ich mehr von, letztendlich, als wenn ich es einem Betrüger hinterher schmeiße. Hallo? Tja, und sobald man das Wort Betrüger in den Mund nimmt, wird dann auch schon einfach aufgelegt. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ähm, lasst vielleicht ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, und bis zum nächsten Video. , bis zum nächsten Video.